Man muss sich ein bisschen über die Effektivität Gedanken machen, wenn man einfach ständig feststellt, dass das Effektivste ist immer noch, finde ich, wenn du es einfach schaffst, den Klienten so dorthin zu führen, dass er einfach für sich Erkenntnisse gewinnt und die gewinnen da selten, weil irgendwer erzählt, wie es halt läuft oder wie man es tut. Also das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, so in der Haltung zu agieren, in Wahrheit einfach ein Reflexionsraum zu sein und auch eine Projektionsfläche natürlich dafür, für die Themen, Inhalte, Sorgen, Ängste, was auch immer, die halt da sind, die halt Potenzial quasi ermöglichen oder umgekehrt dieses Potenzial einfach dann zur Realisierung zu bringen. Zwingen